Oh, du guckst so interessiert zu diesen Vögeln. Man könnte denken, das sind Störche. Naja, nehmen wir es mal an, es sind Störche, denn die Störche haben uns heute beschenkt. Ja, richtig. Unser viertes Enkelkind ist nämlich heute Vormittag geboren. Wir freuen uns, dass der kleine Benjamin Julius fortan unser Leben bereichern wird. Und liebe Radegemeinde, natürlich machen wir gleich eine Schätzaufgabe daraus. Ja, du bastelt aus allem was zusammen. Also, schätzt einmal, wie viel Gramm unser Benjamin Julius heute auf die Waage gebracht hat. Ja. Da werdet ihr schon ganz schön dran zu knabbern haben. Damit hatten wir auch nicht gerechnet. Genau. Wir freuen sich die stolzen Großeltern. Tschüss. Yay. Schöter